Was ist Heuschnupfen? Heuschnupfen ist eine Überreaktion des Immunsystems auf scheinbar harmlose Blütenpollen. Zu den typischen Symptomen eines Heuschnupfens zählen tränende, juckende, gerötete Augen, eine verstopfte oder laufende Nase sowie häufiges Niesen, im Prinzip ähnlich wie bei einer Erkältung. In schweren Fällen kann sich aus einer Pollenallergie auch ein allergisches Asthma entwickeln, wenn die Atemwege mit betroffen sind. Die Pollenallergie zeigt sich bei den meisten Betroffenen schon im Kindesalter, doch auch Erwachsene können plötzlich an einer Allergie erkranken. Untertitelung des ZDF für funk, 2017